Sie haben es ja alle mitbekommen, die Koalition hat ihren großen Wurf gelandet. Sie haben es in der letzten Bildungsausschusssitzung angekündigt und in der letzten Plenarsitzung im Juni wird der bildungspolitische Wurf der Koalition schlechthin kommen. Jetzt wissen wir, wie unsere Schülerinnen und Schüler gerettet werden können. Meine Damen und Herren, der Antrag, der am Freitag als erster Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung der Plenarsitzung liegt, ist eben nicht dieser Wurf, den man sich so vorstellt, den man sich wünscht. Er ist eigentlich nichts anderes als das, was uns die letzten Monate vorgelegt wurde, und zwar nichts weiter als ein bildungspolitischer Witz, meine Damen und Herren. Wir haben dort in dem Antrag einen Feststellungsteil, einen Forderungsteil. Der Feststellungsteil ist mal wieder gefüllt mit Phrasen und Allgemeinplätzen. Es werden die wirklich wichtigen Dinge und Themen nicht angegangen, und zwar wie können wir die Lernrückstände unserer Schüler nun beheben, die jetzt über ein Jahr lang angehäuft wurden, weil die Schulen geschlossen waren oder weil wir im Wechselunterricht oder im Fernunterricht unterrichten mussten. Wie können wir den psychologischen Schäden eigentlich entgegenwirken, auch das wird im Antrag der Koalition nicht behandelt. Man muss ehrlich gesagt sagen, das Einzige, was dort im Antrag steht, ist eine billige Kopie der Pressemitteilung des Bildungsministeriums von vor zwei Wochen. Und auch diese Pressemitteilung war ja mehr als inhaltsleer. Die einzige kernige Aussage ist, dass man jetzt zweimal 200 Personen einstellen möchte für multiprofessionelle Teams. Und auch da wissen wir bis heute nicht, was sind denn eigentlich für die Landesregierung und für die Koalition multiprofessionelle Teams? Bis heute haben wir keine Antwort über die Zusammensetzung dieser Teams. Wir haben keine Antwort über die Bezahlung, keine Antwort über die Aufgabenfelder dieser Personen, die hier arbeiten sollen. Und man muss doch ganz ehrlich sagen, wenn die Koalition so mit den Zukunftsängsten und auch vor allem so mit der Zukunft unserer Kinder spielt, dann ist das doch wirklich sehr bedenklich, meine Damen und Herren. Wir haben uns deswegen dazu entschlossen, fünf Entschließungsanträge zu diesem Tagesordnungspunkt einzureichen. Das ist ein eher ungewöhnlicher Schritt. Normalerweise reicht man als Fraktion ja nur einen ein. Wir hätten aber die getrennte Abstimmung verlangt, weil uns die einzelnen Punkte zu den verschiedenen Themen sehr wichtig sind. Wie wir aber in den letzten Plenarsitzungen immer wieder miterleben mussten ist, dass die Koalition dann diese getrennte Abstimmung verhindert. Deswegen die fünf getrennten Entschließungsanträge. Und es sind auch teilweise neue, aber teilweise auch alte Forderungen dabei, die wir hier die letzten Monate schon immer wieder erhoben haben, die wir allerdings natürlich auch immer wieder konkretisiert haben. Wir fordern fünf Dinge und zwar zum einen die Verdoppelung der Schulpsychologen. In Brandenburg gibt es aktuell 29 Schulpsychologen. Das heißt, ein Schulpsychologe betreut 10.000 Schüler. Das ist völlig inakzeptabel. Wir verlangen die Verdoppelung. Wir wissen auch, dass hier das Personal vorhanden wäre. Wir haben uns da kundig gemacht. Es ist also nichts, was im luftleeren Raum agiert. Die Landesregierung hätte hier auch schon längst handeln können. Sie hat das bis heute nicht getan. Wir verlangen vor allem auch ganz klare Antworten zu den multiprofessionellen Teams. Sie wissen, dass seit 2019 sind die Bestandteile des Koalitionsvertrages und bis heute liegt nichts vor. Also es hat den Anschein, die Bildungsministerin versucht sich in der Flucht nach vorn und sagt, das wäre jetzt das Allheilmittel. Aber was das Allheilmittel genau ist, sagt sie bis heute nicht. Dann wollen wir weiterhin 150 Schulverwaltungsfachkräfte. Das hatten wir auch schon in der Haushaltsdebatte im letzten Jahr gefordert, weil wir nämlich auch ganz klar sagen, unsere Lehrer sind überlastet und zwar von Bürokratie. Diese Bürokratie hemmt unsere Lehrer genau darin, das Richtige zu tun und zwar unsere Kinder zu unterrichten, was gerade jetzt in dem kommenden Jahr noch wichtiger ist denn je, weil wir eben diese Lernrückstände haben und die abgebaut werden müssen. Zusätzlich wollen wir eine finanzielle Entlastung der Eltern bei den Schwimmkursen. Wir möchten, dass Eltern, die ihre Kinder in Schwimmkurse bringen, bis zum Ende des Schuljahres kostenlos diese Eltern in Schwimmkurse bringen können, weil auch hier die Landesregierung keinen Maßnahmenplan hat, wie man dagegen vorgehen kann, dass die Kinder, die im letzten Schuljahr nicht schwimmen gelernt haben, nun alle auch schwimmen lernen können. Wir sind direkt vor den Sommerferien. Die Schüler wollen an den Badesee, sie wollen in die Freibäder und nichts ist schlimmer, als wenn wir Bilder von Kindern bekommen, die dort ertrinken, weil sie keinen Schwimmunterricht genossen haben. Und als allerletztes wollen wir die Übernahme der Mitgliedsbeiträge in Vereinen des Kinder- und Jugendsports auch bis Ende des Jahres. Auch eine plausible Forderung meiner Meinung nach, wenn wir uns das letzte Jahr angucken, die Mitgliedszahlen im Breitensport sind gesunken. Das haben wir im letzten Bildungsausschuss so uns anhören dürfen vom Landesjugendsportverband. Und was auch noch wichtig ist bei der ganzen Geschichte, wenn ein Jahr lang kein Sport betrieben werden konnte, sind natürlich auch die körperlichen Folgen offensichtlich. Und da braucht man keine Studien für, das kann sich jeder denken. Und deswegen sagen wir, die Kosten für den Breitensport bei Kindern, die müssen übernommen werden bis zum Ende des Jahres. Vielen Dank.